Ei, 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 der ballert einfach die Dinger rein hier. Beim Stint- und Kleinfischangeln hast du hier auf einmal die Brocken dran, die du fast schon nicht mehr rauskriegst. Und normal. Was haben wir hier? Ein dickes Rotauge, eine Brasse. Da kommt der Brocken so langsam rein. Ja, wenn du hier stehst mit 2,8 Kilo, dann machen solche Brocken halt schon richtig Theater. Und da kannst du dich nicht ausdenken, musst du schon so ein Rotauge keschern. Ja, das bleibt nicht aus. Dicke, fette, dicke, fette Rotaugen hier. Zwischendurch immer mal wieder dabei. Ich teste hier mittlerweile den dritten Spot am Ladoga-See. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Und zwar auf der Suche nach Stint. Stint oder Dreistachliger oder Sumpf-Ellritze oder oder. Einfach ein bisschen auf entspannt. Ich habe gerade ein paar Sachen in der Werkstatt, in der Reparatur. Das heißt, ich habe jetzt doch ein bisschen Zeit hier mal wieder auf Kleinfische zu gehen. Und ich teste hier mittlerweile jetzt den dritten Spot. Genau. Drei verschiedene Spots. Ich gucke auch gleich nochmal in den Kescher-Raun rein. Da sieht man dann ganz schön, wie sich das jetzt so aufteilt. Und wo an welcher Stelle was so einigermaßen zu bekommen ist. So, jetzt wieder erstmal schön rein damit. Setup hat sich in der Zwischenzeit so ein bisschen gewandelt. Das heißt, ich habe angefangen so mit dem 20er-Haken. Mit dem 18er-Haken. Hat auch ganz gut funktioniert. Ich war als erstes hier an der Stelle. Kristall, Kristallstrahl hatte das, meinte das. Ja, allen probiert doch mal hier. Geht immer mal wieder. Also hier sind alles diese Blümchen da. Diese Seerosen oder was auch immer. Diese hier. Also diese Blumen oder Blümchen da. Die befinden sich auch hier. Und wenn man dann da hinwirft, ganz knapp, lüppt das da auch schon ganz gut. Zweite Stelle war hier an der Position. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal eben kurz reinschauen in den Kescher. Das hier bis hier, bis zur Güster. Das war jetzt quasi alles der erste Spot. Also ihr seht eher durchwachsen. Mehr Sumpferritze als Stint. Dann ging es los mit diesem Spot. Das war, ja, der erste Fisch. Direkt der dreistachlige Stichling als Trophy mit 71 Gramm. Einige Stinte schon dabei. Gar nicht so verkehrt. Also das ist hier die Stelle quasi direkt hier vorne hingeworfen. Einfach nur flach raus. Und alles war das, das war jetzt hier alles auf Grund. Beziehungsweise, nee, ich hatte zwischendurch auch hier nochmal eine Stippe dabei. Auf 75 Zentimeter Tiefe. Auch da alles mit dem kleinen Setup. Ja, und jetzt hier gerade an der Stelle. Ich weiß, hier war ich vor Monaten oder Jahren auch schon mal. Und hier lief es ganz gut. Und der größte, ich glaube die größten Stinte waren bisher hier. Ich bin mir aber gerade noch nicht so sicher. Ich habe jetzt gerade mal alles umgestellt auf 16er Haken. Jetzt ist natürlich die Frage, ballert hier viel Gedöns rein? Oder kriege ich dann dadurch, also habe ich viel schlechten Beifang sozusagen? Und dadurch dann aufgrund der Hakengröße weniger von dem Zielfisch vom Stint. Ich meine so ein kleiner Stint ist ja irgendwie ganz nett. Aber man will ja auch die großen Brocken. Also letzten Endes suche ich den gerade nur, um ein bisschen Silber zu machen. Also einen schönen hochfrequenten Spot zum Silber machen. Abgehakt habe ich den schon vor Jahren hier auch an dem Gewässer als Super Trophy. Also da habe ich nicht wirklich jetzt gerade Interesse daran, noch größere zu fangen. Aber es geht mir eigentlich darum, ja, eigentlich den Stint zu nehmen als guten Frequenzfisch mit eigentlich auch wirklich gutem Preis. Gucken wir uns natürlich gleich nochmal an im Kescher, wie das so preislich ist. Ich gehe hier jetzt nochmal auf den 20er, auch nochmal auf den Regenwurm. Apropos Köder, ich bin hier hauptsächlich mit Regenwurm oder Köcherfliegenlarve. Beides Köder, die super funktionieren. Und im Idealfall, wie gesagt, hier die Stellen eben, ja, also für mich wäre es ideal auf Grund. Natürlich ist das auch richtig gut möglich, wie gesagt, dann mit Pose, mit Stippe. Das heißt also, wenn ihr Bock habt mit Stippe hier zu stehen, einfach Attacke Vollgas. Alle drei Spots, die ich gerade gezeigt habe, auch natürlich für die Stippe möglich. Aber wie gesagt, ich hätte da eigentlich Bock drauf, dass es auf Grund irgendwie funktioniert. Auf entspannt, drei Routen gleichzeitig und dann zubbelts und zubbelts und zubbelts. Und ihr seht, ich meine, der Kescher ist ja schon recht voll. Knapp jetzt, also die Happy Hour jetzt gerade hier durchgebincht. Und im Großen und Ganzen ganz okay. Also knapp eine Stunde jetzt hier geangelt. Und ja, die Frequenz ist ganz gut. 64 Fische. Also kann sich schon ganz gut sehen lassen bei drei verschiedenen Spots. Heißt also auch ein bisschen Rennerei war dabei. Ja, das war jetzt hier gerade wieder auf dem 20er Haken. Also wenn sich das abzeichnet, dass das vielleicht doch besser ist für einen 20er und dann eher die Stinte da drauf ballern, als dann hier die ollen schäppigen Brassen auf dem 16er Haken. Dann nehmen wir doch lieber den 20er. Zack, Regenwurm wieder raus. Ich habe hier keinen Clip, also ich habe einen 20 Gramm Blei, Steinfarben. Gucken wir nochmal eben. 20 Gramm Blei, Steinfarben, Mikro Braid drauf. Und dann das Ganze jetzt ja gerade aktuell mit einem 20er Haken Regenwurm. Attacke Vollgas. So sieht es gerade aus auf den Routen. Mal ein bisschen einkurbeln. So. Und auch hier ist das noch groß. Ist noch groß. 16er Haken. Ja, ich glaube, ich werde das mal ändern. Also scheint, also es funktioniert zwar immer wieder ganz gut mit dem 16er Haken, aber ich glaube, wenn man jetzt gerade hier so viel Beifang hat, ist es eher kontraproduktiv. Das heißt, wir werden immer mehr, oder ich nehme mal hier, nehmen wir mal den. Man wird immer mehr und immer wieder Beifänge haben, die Brassen dabei haben, will man halt alles nicht, ne? So. Oh. Zack. Also, es lübbt, es lübbt, es lübbt. Ich bin ganz zufrieden. Kann man machen. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, für so einen kleinen Fisch. Und wenn man gerade irgendwie, ja, so wie bei mir jetzt gerade Sachen in der Werkstatt hat und dann nur mit einem kleinen Setup unterwegs ist, kann man hier natürlich Köderfische rausziehen, wenn man Bock hat, hier den Stint als Köfi zu misshandeln. Auch das ist natürlich möglich. Oder, wie gesagt, einfach dann verkaufender Dinge. Ab einem gewissen Gewicht lohnt es sich dann natürlich auch wieder. Ja, und vor allem ist es Frequenz, ne? Schönes Frequenzangeln. Ähm, das ist halt das A und O. Heißt also, man kann hier schön, ähm, joa, vielleicht sogar noch Skillpunkte machen. Die Fische, die hat man ja auch nicht so häufig. Das heißt, wenn einem noch so ein bisschen Grundangel-Skillpunkte fehlen, dann, wie gesagt, an diesen drei besagten Spots. Der eine ist halt ein bisschen unpraktisch, da muss man mit dem Boot hinfahren. Hier vorne, genau, hier die Stelle ist das auf B5. Also, da wäre halt die Stelle mit dem Boot. Ansonsten, die Stelle hier vorne ist auch die klassische Hechtstelle. Und hier dann ganz kurz ausgeworfen für Kleinviechzeug. Und dann jetzt hier einmal jetzt, wie gesagt, tatsächlich hier im Nahbereich und einmal ein bisschen weiter geworfen. Also, die beiden Stellen, das sind vielleicht einmal 15 Meter und einmal eher hier 7 bis 8 Meter. Beziehungsweise sind ungefähr 10 Meter hier vorne, ne? Aber rumprobieren, austesten. Ich habe keine Futter-Mische draußen, sondern schmeiß einfach die nackten Würmer hier ins Wasser und dann lüppt der Lachs. Oder eben auch nicht. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Frequenz ist ganz okay. Ihr seht, es zuppelt direkt wieder los. Kann man mal ein bisschen durchballern. Aber man merkt, die sind deutlich kleiner, ne? Also, es ist zwar jetzt hauptsächlich Stint, aber sie sind kleiner. Hammerhart, ey. So, gerade nochmal gucken. Ja. Ja, ja, ja. Konstant auf Stint, aber konstant die Kleineren. Krass. Morgenstunden waren übrigens richtig gut. Also, ähm, ich meine, es läuft auch so die ganze Zeit, aber Morgenstunden waren auf einmal deutlich größere Brocken dran. Ich nehme nochmal einen etwas anderen. Was haben wir denn noch? Ich gehe nochmal, glaube ich, zurück auf den 18er. 18er Main. 18er Haken. Bescht. Nicht zu klein, aber auch noch nicht zu groß. 18er Haken. Da triggert es dann richtig drauf. Bam. 71 Grammer Stint ist doch schon richtig schön. Schöner Brocken. Kann gerne so sein. Auch ganz geil von der Färbung, ne? Kann man mal machen. Den Stint mitnehmen. Also. Hier jetzt auch nochmal. Zack, auf den 18er. Regenwurm. Und raus damit. Und ich glaube, die dritte Route mache ich gleich nochmal. 18er und Köcherfliegenlarve. Da haben wir auch noch was drauf. Dann machen wir die mal eben mit der Köcher. Ja, so sieht es aus. Wieder 71er Stint. Naja, eigentlich kann ich es lassen, ne? Warum soll ich was ändern, wenn es doch gerade lübt? So. Und der nächste. Ja, so sieht es aus. Und ich würde sagen, wir gucken gleich einfach mal eben rein hier in den Kescher. Wie das denn auch kohlemäßig ist. Ich ziehe aber auch noch ein bisschen weiter durch. Denn es läuft einfach gerade ganz gut. Und ich nehme die natürlich auch noch gerne alle mit. Bis gleich. So. Zurück in der Base. Und ich gucke mal eben natürlich nochmal rein. Haben wir hier was drin. Ein Zo... Ne, drei Stück. Ein Zobel war an dem gleichen Spot gerade auch mit dabei. Beziehungsweise, ne. Am zweiten Spot war ein Zobel mit dabei. Ähm. Ne. Sonst haben wir hier gerade nichts dabei. Aber dann gucken wir doch mal eben hier rein. Also. So sieht es aus. Fangzeit jetzt. Ja. Stunde 15. Beziehungsweise ein bisschen Rumgurkerei und Latscherei war ja auch mit dabei. Also gut eine Stunde, würde ich sagen. Für den gesamten Kescher. Und mit viel Rumtesterei passt das doch. Preislich sind wir da jetzt, jo. Würde ich sagen, auch ganz vernünftig aufgestellt. Und ihr seht, warum ich den Stint so ein bisschen im Fokus hatte. Ich hoffe ihr seht. Vier bis sechs Silber sind die Stinte jetzt hier gerade. Und das ist für einen Fisch, den man in einer guten Frequenz fangen kann, gar nicht so schlecht. Also da geht ein bisschen was. Das ist natürlich auch ganz nett, was man natürlich machen kann, wenn man mehrere Rotaugen-Troffees ständig und immer wieder an so einem Spot dran hat. Vielleicht einfach mal die Qualifikation machen. Zack, hier 10, befreie 10 Trophees. Oder vielleicht einmal die Super-Trophy wieder freilassen. Dann kriegt man schön auch noch Achievements. Also 10 mal Trophy oder einmal Super-Trophy freilassen fürs Achievement. Ja, ansonsten, wie gesagt, passt. Köderfische kann man natürlich auch noch draus machen. Viel Kleinkram natürlich mit dabei. In Gänze jetzt 145 Silber an diesen drei Spots gemacht. Also ganz okay. Ich würde sagen, der letzte Spot war jetzt noch mit am besten fürs reine Stintangeln. Also da lief es, ich bin es gerade auch einfach losgelatscht. Es lief einfach konstant weiter. Es waren auch einige in diesem Gewicht dabei. Das heißt, die sind dann natürlich nicht ganz so sexy von der Kohle. Aber es ist halt immerhin so, also diese 50 Grammer knappe 2 Silber, das ist dann noch so okay. Ja, und dann sieht man aber schon hier den Schritt, sobald es dann halt in diese Richtung geht. Die haben dann halt unten auch den Bauch richtig, ein bisschen verfärbt. Heißt also, Hakengröße so anpassen, dass die halt so ein bisschen mehr bauchig werden. Und dann ist es kohlemäßig direkt ein großer Sprung und macht dann halt auch direkt wieder ein bisschen mehr Spaß. Also, Kratching, ab, Attacke Vollgas, aufs Kleinfischangeln hier am Ladoga. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, nicht vergessen, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr, Petri. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr, Petri.